Hallo und willkommen zurück zu Lego Jurassic World. Im letzten Part sind wir dem Velociraptor entkommen und haben den Strom im Park wieder angestellt. So, jetzt funktionieren zwar die ganzen Sicherheitszäune wieder, aber es sind ganz viele Tiere, ich nenne es mal Tiere, ausgebrochen. Und wir setzen die Geschichte jetzt fort. Okay, hier haben wir jetzt wieder unseren Park, wo wir zum nächsten Level laufen müssen. Hier brauchen wir wohl ein Dino, um das kaputt zu spucken. Dann laufen wir mal. Wo müssen wir denn hin? Fragen wir doch erstmal, was man hier tun kann. Okay, da brauchen wir jemand anderen für. Die brauchen wir. Verwende eine, okay, ist so eine Brille, um in dunklen Gebieten sehen zu können. Okay, wieso hast du denn so eine Brille? Hier kommt er jetzt nicht rein. Ah, wir müssen erstmal... Moment, verstehe, verstehe. Da oben ist eine Zielscheibe. Dann haben wir eine Kurbel, die kommt da hin. So, wollte gerade sagen, aber Kurbel, was hast du noch hinbekommen? So, dann wechseln wir mal, auch wenn es nicht zur Story gehört, aber jetzt bin ich neugierig, was sich hier hinter verbirgt. Wow. Ah, da liegt was drin. Ein Schlüssel. Was können wir jetzt mit diesem Schlüssel? Wir kriegen auch überhaupt nichts angezeigt. Wofür diese... Ah doch, kriegen wir wohl. Ah, okay, okay. Gut, dann haben wir das auch nicht umsonst gemacht. Wir mussten ihn tatsächlich holen, den Schlüssel, um hier weiterzukommen. So, und da geht auch schon unsere Story weiter. Und auf geht's. Diese Info wird dich von den Socken hauen. Ja, dann zeig mal deine Info. 1997 begann Simon Maschrani damit nach Dr. John Hammonds Ableben international Genetik. Blub. Das war zu schnell. Lest's euch selber durch. So. Besucherzentrum. Das wird unsere nächste Mission sein. Hallo? Okay. Ich muss erst die anderen suchen. Ich bin sofort wieder zurück. Versprochen. Hey. Oh. Wie cool man diese Szenen wiedererkennt aus dem Film. So genial. Willo-Ziraptor mit Kirchohrringelchen. Flucht aus der Küche. Okay. Wir folgen jetzt mal den Studs hier. Ich glaube, ich mag die Frau spielen. Ich mag nicht, dass Kinder ins Verderben rennen lassen. Ah, da oben. Damit kann man bestimmt die Viecher ablenken. Ich dachte, wie kommen wir denn jetzt hier unbemerkt weg? Wieso trifft sie den Scheiß denn nicht? Werft doch da oben gegen! Okay, der ist beschäftigt. Komm doch mit! Kann man jetzt noch nicht lang. Hier können wir was machen. Okay, dafür brauchen wir den Kleinen. Oh, wie cool gemacht! Wie spannend! Uh, 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 uh! Okay, dann geh mal wieder zurück. Ich glaube, da bist du sicherer. Und dann wechseln wir dann auf die Frau. So. Da hinwerfen. Okay. Der bückt sich jetzt. Was heißt das? Können wir hier rüberspringen? Können wir überhaupt springen? Nein, können wir nicht. Wo müssen wir denn lang? Okay, müssen wir doch wieder hier rüber. Okay, hier rum, hier rum, hier rum. Da können wir auch noch nichts verschieben. Ah, aber das hier können wir jetzt schieben. Genau, das hatte ich eben schon von der anderen Seite gesehen. Da links können wir auch auf den Schrank. Oh, ho, ho, ho! Da ist bestimmt was Leckeres für dich drin. Jawoll. Okay, wir wechseln. Fragen hier mal, was wir tun können. Große Charaktere sind stark genug, um kleine Charaktere nachhelfen zu können. Okay. Bring den Charakter in Position. Runde b, y, a, um zu schleudern. Okay, ist also wie mit der Wippe in den Folgen davor. Erstmal ein paar Stats einsammeln. So, da kommen wir noch nicht dran. Okay, okay, okay. Komm mal mit, kleiner Timmy. So, in Position, b, dann y. Und jetzt a. Zack, hoch mit dir. Und hier kannst du in die nächste Luke krabbeln. Mach nicht so närm. Uiuiui. 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 Okay, mal hier runter. Dann schieben wir das in den Weg. Ich hoffe, das ist jetzt richtig. Und wir hätten den nicht vorher noch ablenken müssen. So. Ich bin jetzt auch da. Können wir hier noch irgendwas machen? Nein, da war nur noch ein blauer Stats. Jetzt kommen wir mal auf die Frau zurück. Was haben wir denn hier noch? Ah, da können wir noch was abwerfen. Und zusammenbauen. Okay, damit können wir wahrscheinlich diese Tür öffnen. Gucken wir mal erstmal, was hier dieser Schalter ist. Können wir das... Ne, genau. Das ist irgendwas mit so einem Code eingeben. Das können, glaube ich, nur diese Parkmitarbeiter selber machen. Und lass halt los. So. Okay. Du bist stink... Ah, weil es dunkel ist. Es sah so aus, als wenn es stinken würde. Das sieht so cool aus. Diese Sicht. Lubau, wir haben keine Zeit. Was zum Henker war das jetzt? Ah, okay. Den haben wir also jetzt eingesperrt. Du kannst das auch nicht, ne? Nein. Wo müssen wir denn jetzt hin? Oh, oh. Okay, dann gehen wir mal mit dir weiter. Gehen noch über in den Schleichmus. Oh, diesmal sogar auf allen Vieren. Wow. Das ist so genial gemacht. Sorry, wenn ich jetzt nicht so viel rede, aber ich finde das gerade super spannend. Ich hätte nie gedacht, dass wir in Lego-Spielen so eine Spannung reinkriegen könnten. Wenn ich schnell losgehen soll... Dem verpasse ich jetzt erstmal noch eine. BAM! Schnell, komm! Er ist hier drin! Zum Kontrollraum. Haben wir Hilfe rauf? Wir müssen erst das System neu starten. Aktivieren die Türschleifer! Das schaffst du doch niemals allein! Das schaffst du doch niemals allein! Wow. Ok, ok. Die Tür geht immer wieder auf. Aktiviert die Türschlösser! Ah ja. Sag mir wie nun, ich mach das. Ah, hier müssen wir erst was zusammenbauen. Vielleicht wird das so eine Art Batterie sein, die wir jetzt da reinschieben. Komm, mach schneller, mach schneller. Ja, das sieht aus wie so ein Stromstecker, ein riesiger. War's das? War's das? Das sieht danach aus, oder? Ja. Okay. Eine nächste DNA-Hilfe. Ein nächster Strang, der uns hier weiterhelfen wird. Nur Hacker können Lega-Computer-Terminals verwenden. Ja, da haben wir doch schon direkt die Richtige am Start. So, was müssen wir denn jetzt hier hacken? Mach schon, Lex! Ich muss nur mit der Maus den Weg nachfahren. Die Tatsache, man muss nur die Lämpchen aktivieren. Ich bin als Tier gelangt. Ihr habt Spaß da, oder was? Ja. Okay, jetzt geht's weiter. Und da. Manchmal hakt die Maus auch so ein bisschen. Und weicht so ein bisschen von dem ab, was man eigentlich drückt. Beziehungsweise was man steuert. Aber der hat nicht mehr so viel Spaß wie die anderen beiden gerade. Und weiter geht's. So. Ich hoffe mal nicht, dass das auf Zeit geht. So. So. Okay, was haben wir jetzt da schon wieder angerichtet? Da ist wieder was für den kleinen Jimmy-Timmy. So. Ich würde sagen, wie es weitergeht, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, es geht spannend weiter. Bis dann. Tschaui. Tschaui.